Vor einiger Zeit war ich oldschool in der Savanne unterwegs. Ich war eigentlich auf der Suche nach meinem ersten Diamant-Kaffanbüffel. Doch gefunden habe ich was ganz anderes. Alter, es ist nur Level 1. Aber alter, da steht ein verdammter Albino-Kaffanbüffel. Leute, habe ich noch nie gesehen. Ich habe die Coachmate rausgeholt, bin etwas näher hingeschlichen und habe anvisiert. Der Büffel war nicht riesig, aber trotzdem mein erster seltener Kaffanbüffel meiner gesamten Spielzeit.